so da sind wir wieder hallo bei mir im kanal wir sind immer noch ls22 wir haben jetzt mal aufgehört die anderen zwei fahrer noch will ich hoffen da gehen wir uns erstmal gucken wovon wir weitermachen so ach ja wir wollten gucken ob die noch fahren genau so habe ich schon direkt gesagt die fahrer nicht mehr was machst du hier für sperenzchen er hat sich ein bisschen festgefahren wie hat er denn geschafft warte meist man prüfen wir mal was aus ja ich weiß das machen wir noch mal was nicht so aber so andere bei jemandem und vorbei ich weiß jetzt nicht ob der durchgefahren ist so machen wir stopp so jetzt fahren wir mal ran und gucken wir müssen jetzt normalerweise mehr platz haben mal ja es ob man hätte denn gemacht werden er hat vorher aufgehört auch gott sei dank ich habe wieder durch gebrettert gut dann haben wir das so was wenn man den noch anschmeißen ja jetzt noch mal hin krieg ich so wir wollen speicher ok dann wollen wir eigentlich nicht so einmal das ach so jetzt hat er den noch drin wie kriege ich denn jetzt mal raus wenn ich das jetzt mal wüsste ich kriege ich denn nun mal raus war das hier ne was da auch nicht hier war das ne kurs speichern kurs ändern kurs aus fahrzeug wischen zack so raus damit so das haben wir jetzt müssen wir hier neun neun ochtner ne feld was hat man da 16 16 f 16 so ok so kurs laden ist keine ahnung ist klar hm das ist ja nur die einstellung so ich muss mal hier hin top erstellen du spürst mich jetzt ein bisschen da oben top erstellen feldarbeit cp feldarbeit genau jetzt geht es wieder hoch das war eigentlich nicht so geplant aber egal so juhal hat jetzt hier das da anklicken so job starten kurs generator 50,6 ein bisschen weniger eine anzahl vorgänge 2 ist klar kreisförmig klar generiere feldkurs kreisförmig klar hat er immer wunderbar so fließen ähm jetzt muss ich den irgendwie speichern ne kurs speichern äh kurs speichern genau so und jetzt muss ich da brechen ok ist jetzt überall dreschen drin stehen außer an einem genau fast 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 so dann haben wir jetzt hier da müssen wir es los nimmst mit denen jetzt hier da müssen wir rauskennen so ok ne halt stop da soll es nicht hin da muss ich schon mal gucken kann ich hier nochmal da fällt er jetzt nicht gerade aus nochmal ach jetzt fährt er durch perfekt da müssen wir rein fahren da zieht doch gut aus so jetzt gehen wir nochmal bei den anderen gucken und den konnten wir eigentlich schon mal losschicken und zwar nicht wahrscheinlich nicht viel gebraucht und aber ist doch ein größeres feld da oben haben so schickt man den mal hoch man muss runter hier so 16 war das 15 16 16 du fährst jetzt da hin ok so wo ist der schlüter der schlüter ist fertig aber der scheint jetzt auch zu drehen ach perfekt so die können wir nach Hause fahren erstmal ja ja wird schon langsam wird langsam ja 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 jetzt ist es Road so ich will kurz sagen, was ist denn jetzt los? ja so gerade ganz abhängen kannst du erst mal stehen bleiben was sagt unser krass ja auch wenn man noch nicht geguckt ob wir für diese lage kriegen krass anderthalb noch mal hier rüber müsste aber auch so weit seine ja dann mal hier hier von acht vor dem 88 zu wachsen stufen ist ja krass also das dauert noch ein bisschen dann mal hier auch acht das dauert ein bisschen bis das wächst wachst so wo wollte ich denn jetzt zum lkw da ist er hat er so toll geparkt 16 aber ich glaube nicht dass da schon mal drin ist zum abgang 18 prozent wenn jetzt was drin sein sollte kann er das ja mal im vorbeifahren machen ich glaube dann ist er schon vorbei bis der ausgefahren ist sag ich doch sag ich doch sag ich doch aber es läuft es läuft langsam aber es läuft wir müssen noch ziemlich viele aufträge machen nach speichern tut auch wieder ok aber fällt mir gerade ein ich hatte doch einen neuen mod drinnen muss ich gerade mal gucken wie das funktioniert ne da wollte ich nicht hin so wenn ich jetzt eins eins kaufen 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 geht hier gar nicht einfach nur kaufen was ist denn da mit der ecke ups oh 792.000 ne davon haben wir jetzt nichts übrig so fläche 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 ne geht nicht ach da moment können wir raus so im besitz 234 24 24 24 24 ist unseres wo ist denn 24 ja 24 gehört uns gar nicht 234 ja 5 hat passt schon nicht ganz siehst du ne grundstücke im besitz 2345 hier steht sie felder ach das sind die grundstücke ok felder 6, felder 5, felder 4 und felder 11 ja das haben wir so was kostet denn hier das ding hier das sind jetzt feld nummer 1 zum beispiel so ist die 288 ne da steht nichts bei hier feld 1 492.000 momentan ja da stehst du jetzt hier rum du musst du weiterfahren äh oh da kommt er nicht rum so was hat denn die da gemacht geh nochmal zurück musst du nochmal gucken äh wo war das denn jetzt na warte was hast du denn da gemacht wieso bist du da nicht rum gefahren na gut dann machen wir das eben so wieso ich wurde das ja mitgekriegt aber ich wurde das ja mitgekriegt aber was ist denn jetzt weiter wird wunderbar da gehen wir es nochmal nochmal feld 1 war mal kostenpunkt 492.000 feld 1 aber was ist das da ein grundstück aber das ist kein feld wahrscheinlich 792.000 792.000 792.000 1,6 millionen ok das ist es nicht was haben wir da 72 ah da 700 das ist die gesamte fläche ist es aha ok das ist die gesamte fläche das ist das feld 0,6 wird auch eine kleine fläche sein würde ich sagen also feld 1 würde uns kosten 9.850 das musst du erstmal rein kriegen im monat 6000 21 22 6000 ok ich glaube da müssen wir uns da nochmal etwas mehr mit beschäftigen im moment können wir uns die nicht leisten wo sind wir denn jetzt überhaupt ah da hat der fährt dann noch so was hat er drin 42% 42% haben wir drin mal gucken ob wir da auch wieder dagegen fährt ne da passt irgendwas nicht irgendwas passt du leider nicht Ja, ja, ist ja gut. Raus. Irgendwann hat er da ein Problem mit da. So, kannst jetzt weiterfahren. Wenn die S2 rumgefahren hat, dann gehts ja. Dann gehts ja. Buch, Baum, Baum. ... ... ... ... Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? War der Speicherleck oder was? Ja, tatsächlich. So, um die Zeit rühren muss. Normalerweise haben wir selber rumgekommen, oder? Wir werden es gleich feststellen, was er macht. Wofür ist der hin? Ja, stimmt irgendwas nicht. Ja, stimmt aber ganz gewaltig heute. Wo müsstest du denn jetzt als nächstes reinfahren? Nee, da wollte ich schon. Nee, auch nicht. Wo ist denn das jetzt? Da wollte ich schon. So, wo müsstest du denn jetzt als nächstes hin? Hier müsstest du reinfahren, normalerweise. Okay. Bin mal gespannt, ob ich den Punkt jetzt nochmal wieder finde. Werst du nun? Den Punkt habe ich schon mal gefunden. Nee, fährt nicht. Scheiße. Was machst du denn jetzt? Stopp. Nee, fährt durch. Wieso fährt er jetzt durch? Einshaft. Rühren. Warum ist der jetzt hier? So, jetzt gucken wir uns das mal auf der Karte an. Moment. So. Einmal Einstellungen, Zeigekurs, Aktivieren, nur Start und Ende. Nee, alle Wegepunkte. Mal gucken. Ja, ist der richtige Weg. Und da, nach da und hier rüber. Dann geht er jetzt davon aus, dass wir schon den Wegepunkt gemacht haben. Auch mal ein Stück zurück. So. Nee, wenn er ja hier angekommen wäre. Keine Ahnung. Ihr müsst ja normalerweise von dir die zweite Runde fahren. Naja, lassen Sie überraschen. Wir lassen Sie überraschen, was er macht. Wir lassen Sie überraschen. der muss ja eigentlich noch der zweite vorgewinne lasst uns überraschen so jetzt gehen wir nochmal gucken da ist noch alles drin ja ach scheiße die zählt ja gar nicht ab die sind mir die ganze zeit am latzen fällt mir da rein also auch egal das müsste man jedes mal wieder voll machen so ich bin mal gespannt wo dieses lange fahrer ist du müsstest noch das zweite vorgewinne eigentlich so ich bin mal gespannt okay okay das heißt ich hoffe dass er das dinge unten lässt und nicht zwischendurch wieder aushebt jetzt wach mal bis der hier ist gleich bleiben ja noch ein paar soja wohnen für uns über besser wär das ne machen wir so wie bei dem inkelfeld machen das nämlich schon so komm ich mach mal nicht schon leer so 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 Komm, mach ich mir hier. Huch, huch. Gut, ist ja wunderbar. Habe ich den jetzt ausgemacht? Aber ja, ist ja mal perfekt. So, dann lassen wir ihn jetzt hier weiterfahren. Ja. So, jetzt haben wir die Folge auch schon wieder zu Ende. Leider. Ich lasse ihn jetzt hier weiterfahren und dann sehen wir das nächste Mal hier wieder. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.